Lukas Küng, Zweiz-Rennen der Cablex Pro Duathlon Point Rises hier im Intervall Duathlon Zofige. Bist du für heute gut vorbereitet? Ja, ich muss erholt werden. Ich habe es damals etwas neu gemacht. Jetzt bin ich erholt und heisst. Du hast letztes Mal die dritte Duathlon gemacht, hast du bereits wieder etwas umsetzen oder gedacht, die du gesehen hast, die noch nicht optimal gelaufen ist, gegenüber heute? Grosse und verbesserte bin ich nicht gekommen. Ich habe noch die Gärtex-Säcke. Grosse, um zu ändern, bin ich nicht gekommen. Jetzt nehme ich ein Kumpel. Heute hast du ja viermal wechseln. Hast du hier etwas vorgenommen, dass es möglichst schnell vonstatten geht? Ja, auch nicht gross. Einfach schauen, wie es dann kommt. Ich glaube, ich werde schnell rennen zu rennen. Ja, ich bin schneller. Die Strecke hier führt die Laufstrecke durch die Altstadt-Toren. Hattest du dich anschauen oder warst du noch auf der Velostrecke? Kannst du etwas dazu sagen? Bis jetzt habe ich die Velostrecke angeguckt. Die geht hier runter. Die Laufstrecke kann ich jetzt noch anschauen. Ich bin gespannt, wie sie ausgesehen. Super, dann viel Erfolg für das Rennen und dann gehören wir unserem Ziel wieder. Vielen Dank.